Hallo meine lieben Banausen. Herzlich willkommen bei Workshop Nr.5. Ich bin es wieder euer Radek. Unfassbar schönes Wetter, deswegen habe ich das erste Mal im Jahr meine Sonnenbrille auf und eine unfassbar geile Übergabe werden wir heute haben. Zu meiner Rechten ein CL500. Breitbau, Black Series, Prior Design, Abgasanlage von uns, 20 Zöller, komplett lackiert worden von uns, paar kleine Specials mit eingebaut. Der Kunde wird in einigen Minuten eintreffen, dann werden wir mit ihm zusammen die Übergaben machen und es wird wirklich, wie man keinem Bruder Adam sagen würde, also bis gleich mein Lieben. So da bin ich wieder, da ist der werte Besitzer des Fahrzeuges. Wie auch nicht anders gedacht. Keine blonden Haare, sondern schwarze Haare. Typisch für den Hagner. Nein, Spaß beiseite. Wie schon bereits erwähnt, CL500, Prior Design Umbau mit ein paar Kleinigkeiten, die wirklich sehr extravagant wirken. Das Produkt wird meines Erachtens gleich sehr sehr extra krassig sein. Bevor ich zu viel Palabra wieder mache, wir gehen am besten direkt zum Wagen hin. Bist du soweit? Einmal kurz ta-da. Der ist Mörder. Mörder. Was anderes habe ich vom Film halt nicht erwartet. Hier haben wir so ein paar Kleinigkeiten von uns, ein Shirt, natürlich einen Schlüsselanhänger und ein Popsocket. Egal, den werde ich liebentraten. M passt sogar bei dir. Er ist ein stadtbekannter Pumper. So, ich würde vorschlagen, wir nehmen das einfach mal so runter. No Gorilla, wärst du so lieb, ohne wir beide hier mal rüber. Es ist vollbracht, Geld gut investiert. CL500, ab jetzt wird radiert. Frisch voliert und ich wollt noch mal Danke sagen. An alle Fenster draußen Danke für die Krankenbahn. Und jeder hält die Fresse, wenn wir auf die Tanke fahren. Ganz langsam auf die Tanke fahren. Sie sieht meinen Autoschlüssel und sie fängt an zu blasen. Die Schlampe denkt, ich hol sie ab, da kann sie lange warten. Trämpft, sitzt und Zahnstocher schnitt und ich kriege... Nein! 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 Und was, was? Komm mal nach hinten, komm mal nach hinten, komm mal nach hinten. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Digga, ich fall hier gleich um, Mann. Ich fall hier gleich um, Alter. Hast du schon mal so einen geilen Arsch gesehen? Zeig das, zeig das. Hast du schon mal so einen Schuh dahin gesehen? Glasser Shit, Digga. Jungs, ich sag euch, wenn ich hier hinkomme, ich mach ihn windelweich, Mann. Komm jetzt, fuck, Mann. Aber eins hat er noch nicht gesehen. Ja, Mann. Jetzt ist es richtig geil. Pass auf, eins hat er noch nicht gesehen. Jetzt zeig ich dir mal was. Hört, ist dir was auf, wenn meine Bremse belegen? Der ist doch nicht mehr normal, der Junge, ja. Der ist doch nicht mehr normal, ja. Pektar, Digga, neue Marke. Pektar Bremsen. Ab jetzt, hier im Handel. Ey, ich danke dir, Bruder, für alles, Mann. Ja, danke durch mir, das sind meine Bruder gemacht. Ey, trotzdem, Alter, ihr seid die Besten, ich schwör dir. Leute, Workshop No. 5, kommt vorbei. Er ist kein Rapper, er ist kein Rapper. Ich mach alle meine Karren hier, ich schwör dir, das ist jetzt der dritte. Und ich sag's euch, ne, da werden noch mehr Folgen. Einmal kurz. Ja, aber jetzt kommt das, jetzt kommt natürlich die, ähm, jetzt müssen wir wieder ein Niveau wieder hochschrauben. Also, vom Produkt jetzt her ist das Prior Design Paket. Black Series ist von der Verarbeitung für uns überragend gewesen, hat Passgenauigkeiten vom Feinsten gehabt, muss ich ganz offen gestehen. Felgen sieht super aus, äh, die Optik ist einfach... Was würdest du sagen? Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach Top-Leistung. Ich sag euch, warum Top-Leistung? Darf ich? Ja, sicher, darfst du. Guck mal. Erstmal, das kann nicht jeder. Das ist einfach Weltklasse. Man merkt gar nicht, dass das überhaupt ein Prior Design ist. Also, man merkt schon, aber man denkt wie angegossen. Schaut euch die Scheiße, Mann. Klasse, Alter. Ich höre, ich drehe gleich am Rad. Unnormal, unnormal. So, äh, klar, Optik überragend, äh, Emotion A wurde somit bestätigt, also quasi Optik. Jetzt gehen wir mal auf die Kulisse, auf die Klangkulisse. Gorilla, würdest du mal kurz starten? Dappenfunktion geschlossen. Kein Blechern. Es ist einfach eine Nuance lauter als Original. Äh, natürlich die originalen AMG Endrohre, so dass es wirklich stimmig und original aussieht, auch wirklich, ja, es muss einfach professionell aussehen. Gib mal Gas. Ja, ist okay, ne? Fängt aus, ist super. So, machen wir mal an. Mal Gas. Scheiße. Wir haben gestern bis 22 Uhr von 7 Uhr morgens gearbeitet, damit das fertig wird. Gib mal Gas. Any question? Question? Ich frag mich überhaupt, ob ich den überhaupt fahren soll. Ja. Das ist doch einfach. Klappe, guck mal, von der Entfernung wieder zu. Ja. Gib mal wieder Gas ein bisschen. Ja. Unnormal. Unnormal. Ist geschlossen eingetragen. Bewegt den Toleranzbereich. Richtig. Und von hier habe ich sie aufgemacht. Was ihr natürlich nicht dürft. Ja, ist ja logisch. Ja. Das ist Porno, also das ist Porno, Digga. Sollen wir eine kleine Kalakentour machen? Ja, klar. Auf geht. Eine Hagler Kalakentour? Ja, komm. Alles klar. So. Klappe geschossen. Ja. Gut. Kann man mitleben. Sollte man mitleben. Ist auch gut. Von der Kulisse her. Tankenwisse. Jetzt machen wir die Klappe auf. Was man natürlich nicht darf im Straßenverkehr. Normalerweise. 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 Die Fermi rücken wir natürlich auch nicht aus. Das ist einfach nur für unsere Showzwecke. Damit der Kunde, wenn der auf der Rennstrecke oder auf dem Privatweg ein bisschen Gas geben möchte, dann kann er das machen. Ne? Ich habe übrigens standesgemäß gestern einen CL 500 mit 20 Euro getankt. So, hör mal. Boah, Digga. Das ist doch nicht normal, ey. Warte, da kann ja ein Bruder, wenn wir jetzt zum Warnung fahren, wie er gucken will. Mir ist schon übel heiß geworden, ey. Mir ist schon übel heiß geworden, Digga. Guck mal, er setzt nirgendwo an. Ne? Das ist verrückt, Digga. Das kann man echt nicht buchstabieren, ey. Das ist einfach vorne, Digga. Boah. 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 Und du weißt, was das Schlimme ist? Ja, das Schlimme. Das Schöne ist, ich habe tatsächlich die halbe Nacht nicht geschlafen vor Freunde, weil ich genau wusste... Ich werde austicken. Ja, wusste ich. Ich wusste es einfach. Ey. Was soll ich denn noch sagen? Sag mal ehrlich. Ich bin sprachlos, ja. Was für ein Brett, Digga. Digga, ich sag einfach nichts dazu, Mann. Ich will nicht mal aussteigen, Digga. Ich schwör' dir. Normalerweise gar nicht aussteigen, ja. Ja, ich zieh's, ja. Wahrscheinlich für die meisten will ich einen Kulturschock, aber so ist das bei uns. Du musst dich den Gegebenheiten einfach anpassen. Das ist wie im Dschungel, das ist wie im Dschungel hier. Ist das jetzt ohne Klappe, oder? Ja, gestoßen. Ja. Mach mal auf. Gas. Ja, gib mal Gas. Und mach Spaß mit mir. Yes. Stabil gemacht, ne? Darf ich mal Gas geben? Das ist nicht mein Auto. Du musst den Chef da vorne fahren. 100? Nein. Glaube nicht. Äh, Formel 1 Fahrer, Pilot. Ehrlich? Ja. Also, wir... Hallo. Also, wir kappen jetzt hier. Wir werden jetzt hier abhauen, weil ähm... Ich will nichts sagen. Aber wir werden jetzt hier abhauen, weil ähm... weil wir auch einfach am besten abhauen. Also, wir sehen uns gleich im Auto. Peace. Bis gleich. Äh, bist du zufrieden? Sehr. Gut. Ich bin sehr begeistert. Sehr schön. Krieg ich nen Küsschen? Also, wir werden jetzt äh... Ja, beenden würde ich so sagen. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr sowas auch haben wollt, meldet euch bei uns über Facebook, WhatsApp oder ruft an. Kommt vorbei. Samstags sind wir von 10 bis 14 Uhr. Äh, wir werden jetzt nur kurz ganz am Ende noch ein kleines Video machen mit Auf und Zu. Also, peace up, A-Town, euer Radek. Ciao. 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 Ciao.